hallo ja mein kühler mit rettern zum großen kanal zurück zu einem kleinen flammte spielchen der entwickler hat mir hier ein paar tipps gegeben passiv volle tipps my friend und wir schauen einfach mal vor ich möchte noch ganz herzlichen dank an unser unterstützer ohne das hier gar nicht machbar zu realisieren wäre vielen lieben dank dafür wir schauen jetzt mal wieder das intro an ich finde es so cool ich finde es so cool gemacht ist so schön gemacht auch von vom gezeichneten her und ist halt er hat mir gesagt da oben kommt er ja der kollege da oben am wend und wir müssen hören ich habe jetzt mal die maus hinzu gemacht wir müssen warten und so schön wirklich ich mag das spiel voll wenn er hier am wend kommt wir müssen genau den richtigen punkt erwischen um hier also ich werde nicht einfach leute ich habe halt nur habe ich habe ich habe ich habe ich habe mehrere ich hoffe er schläft ja noch also wie gesagt für ein russisches spiel ist wahnsinn finde ich hätte ich nie gedacht dass wir sowas auch was können ich möchte wenigstens nach der 1 überleben doch alle schlafen hier noch schlafen alle alle noch im schlafen modus wir haben ja erst ein urne passt ja ne schade dass es aber sonst hier keine irgendwie so kleine gimmicks wie man es ja gewohnt ist oder gewöhnt ist gewohnt von den oh flammt gespielen was macht er immer dafür er sieht ja mega cool aus oder crazy er lacht ja noch ne noch lacht er er lacht ja noch wo müssen wir sie wird es anscheinend oder links rechts links und rechts ja das ist rechts und das ist links die wenn ich will da der Nächste reinfallen, ne? A left side here. Aaaaaaahhhh, damn! Tell me why. Jetzt hab ich das Problem mit dem Band nicht. Jetzt steh ich dann an der linken Tür. Aber er kam jetzt ziemlich schnell, ne? Aaaaaaah! Oh, Baby! Das ist crazy. Aaaaaaah. Ah, noch da. Neee. Merde! Weißt du, der Coin stößt sich echt die ganze Zeit auf den Band. Und jetzt wirst du von so hoch was hier platt gemacht. Tüdel her. Oh! Da war ja ein Coin. Aaaaah. Zwei. Drei. Ah, ein paar hier. Rubel noch einsammeln, ne? Ein paar Rübelchen. Wir haben jetzt drei. Drei Rubel. Kann man noch was einsammeln irgendwie? Nö. Für was hab ich die Rubel? Keine Ahnung. Hauptsache war ein bisschen was hier Cash. Cash kann man ja immer gebrauchen, ja. Keine Neun. No. 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 Give me some Rubel. Die Rübel gibt's ja noch, oder? Die Rübel gibt's ja noch, oder? Müsst du eigentlich, oder? Die Rübel gibt's ja noch. Er ist weg. Er ist auch so verdammt schnell. Der andere. Schieß. 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 Der kommt doch nicht mit Sicherheit links. Oder? Ja, wenn er jetzt da auf der anderen Seite kommt, wenn er durch die Lüftung... Oh. Das ist aber der Ander. Das ist der Ander. What? Äh, jetzt kommt wieder gar keiner. Wo ist der Ander, sag? Ja, er grinst ja noch, ne? What? Ich hör doch... Ich hör doch selbst. Shut up. What? Oh, damn! wenn du... ... ... ... du hörst nur die Stritte. Und auf einmal ist er da, ne? Hä? Äh, what? Ich bin noch nicht so schnell. Also, rechte Seite. What? Oh, der Sound wieder, ja. Es geht auch recht. Es geht auch recht. Wie ist von? Er kommt da oder? Er kommt da? Er kommt da? Er kommt da? Ich werde nur die Einzige in diesem Präsenz? Leute, cooles Spiel. Ich werde auch noch einen dritten Part machen. I play this to serve part. I try another model. Leute, mach sie die Tür auf und dann... Der haut einfach nicht ab, der sagt, damn, ich werde auf jeden Fall weiterspielen. Wir bedanken uns für euch fürs Zusehen. Würden uns freuen, wenn ihr wieder einschalten würdet auf unserem Rosti-Kanal. Bitte für mehr über dieses Video. Schreibt uns in die Kommentare, aktiviert die Glocke oder wenn ihr kein Abo habt, Köppchen drücken. Press the Headbutt to subscribe, ansonsten genießt ihr Leben. Habt Spaß, passen euch auf, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Wir sagen tschö, mit ihr und vielen liefern uns euer Rosti. Thank you, goodbye, stay healthy, it's possible, my friend. See you in Part 3.